Wasasihni dekiru foto Hidotsu zutsu kanaetai Yume ni mukatte Hidotsu zu arukou Wasasihni dekiru foto Anata ni mo zutaetai Akira menai Ja, Sir. Mayosaka Moto und ein neues Mitglied namens Yoshika Miyafuchi sind eingetroffen. Sie bekommt wie üblich den Rang eines Feldwebels. Wir sind dankbar für jede Person, die sich uns anschließt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Angriffe der Neoroi immer unregelmäßiger werden. Es ist richtig, dass die Attacken der Neoroi zurzeit unberechenbarer werden. Außerdem werden wir auch immer häufiger von ihnen angegriffen. Ich hoffe doch, dass sie bereits etwas dagegen unternehmen. Ich halte mich lieber an die Realität und verschwende meine Kraft nicht an Dinge, die ich nicht vorhersehen kann. Hm? Für uns zählt nur eins, und das sind Ergebnisse. Und die werden sie auch bekommen. Der Himmel Britannias, nein, der Himmel des gesamten Planeten, wird von uns, den Strike Witches, beschützt. Mena! Was hast du dir nur dabei gedacht? Was sollen wir denn machen, wenn wir dich verlieren? Du magst zwar deine Heimat und alles andere verloren haben, aber wir sind immer noch ein Team. Nein, eine Familie. Und zwar jede in diesem Geschwader. Ich bin mir sicher, dass es deiner Schwester Chris schon bald wieder besser gehen wird. Also, deiner Schwester und deiner neuen Familie zuliebe. Stürz dich gefälligst nicht in den Tod. Du weißt genau, dass wir, wir die Witches, die einzigen sind, die alle beschützen können. Der Feind wird auf drei Uhr vor uns auftauchen. Ayla und ich werden das Schiff sofort angreifen. Ihr haltet uns den Rücken frei. Jawohl! Jawohl! Alles klar, wir zählen auf euch!